Jörg Müller, ein super Typ. Warnradfahrer aus Hongkong. Hör mal, fünf Plätze zurück morgen, ne? Weißt du Bescheid? Reingesucht, packt, sitzt, wackeln und dann los. Jetzt sind wir hier in der Boxengasse. Wir werden nochmal die letzten Vorbereitungen gemacht. Hast du auch gut geschlagen, würde ich sagen. Gut ein Mittelfeld dabei. War nicht einfach mit den kalten Temperaturen. Das habe ich gemerkt. Wir haben es ja gesehen. Die 77 hat sich rausgedreht in den Kies. So, unter anderem, an so einem Wochenende, kommentiere ich ja auf die DTM Trophy. Die Jungs, die fahren jetzt schon in die Startaufstellung. Und ich bin erst auf dem Weg in meine Kabine. Und das ist ein bisschen weiter, weil ich bin hier im Fahrerlager. Und da hinten, da oben, da unter das Dach, da sind ja jetzt die Kabinen. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil wir drehen ja auch hier so ein paar Behind-the-Scenes-Videos. Wir waren bei den Freunden von DEKRA. Jetzt kapiere ich das erst mit der Brille. Du kannst halt echt da hingehen und sagen, Moment, das gucke ich mir jetzt hier mal an. So, hm, sehe ich nicht. Moment, da muss ich da ein bisschen drehen. Ach hier, wunderbar. Wir waren mit Daniel Abt unterwegs in der Schäffler-Rakete mit 1200 PS. Du hast eben Apollo 12 gesagt, Alter, dann fahr doch der Apparat abgestimmt. Ich mach mal diesen Mörder-Heckflügel an. Brutales Teil. Geht richtig, richtig gut. Der Apparat schiebt richtig gut an. Es macht schon Laune, da mitzufahren. Und jetzt renne ich hier, wie gesagt, zum nächsten Termin. Und nebenbei muss ich natürlich auch noch mal eben hier einen kleinen Insta-Post machen. Weil mein alter Freund Rene Rastermann Hausgeist Champion geworden ist. Er ist die Klasse des Feldes. Er ist der Freemann-Champion. Ja, Mann! Ja, gut gemacht. Danke, Rene. Danke. Danke. Keine Worte. Mega-Rase. Ich habe keine Worte. Danke für die letzten vier Jahre. Zuerst. Hier, DTM Trophy. Steht schon im Grid. Also, wieder letzter Drücker, da hinten, Jubelschreie von Rast und Team und Audi. Uwe Frihn, habt ihr gesehen, Nico Verdonck aus Belgien zeigt schon, wo es hingehen soll. Nur von Platz 9 aus der fünften Reihe. Nico Verdonck sagt dem Superdrinker und Jan-Erik ist jetzt aufgeschlagen aus dem Fahrerlager, du bist irgendwie geflogen vermutlich bei der Weg. Wir müssen hier eigentlich unter der Rennstrecke durch, hinten bei den Tribünen hoch und dann sitzen wir in den Fernsehkommentaturkabinen gegenüber von Start und Ziel. Eigentlich sollten wir so Flügelchen schnallen. Das wäre nicht schlecht. Bist du außer Atem? Ein bisschen, ein bisschen. Da musst du an deiner Kondition arbeiten. Genau. Danke. Wir haben ja zwei, drei, vier, fünf, acht andere Projekte noch hier nebenbei laufen. Nicht nur das Kommentieren und deswegen war es ein bisschen stressig. Bisschen spät dran. Sorry dafür. Ich setze noch einmal die Frage nach. Vier verschiedene Automarken. Erste vier Startplätze, toll. Mega. Genau das ist das, was wir brauchen im Motorsport, vor allen Dingen in Deutschland, vor allen Dingen im Nachwuchsmotorsport, dass da natürlich auch einfach die Autohersteller wieder Bock haben, sich ein bisschen zu involvieren und da Gas zu geben und junge Talente zu fördern. Da war das, was wir brauchen. Ich habe das, was wir brauchen. Ich habe das, was wir brauchen. Deine Ahnung. Wir sind mal wieder mit unserem Kumpel Jürgen Kastenholz unterwegs, der sich hier um die Safety Cars kümmert, der Safety Car fährt. Das heißt, sobald auf der Strecke irgendwas los ist, ist da in Einsatz. Ja, genau. Ich warte auf den Einsatz. Kann aber auch ein entspanntes Wochenende sein. Ja, es kann auch sehr langweilig sein. Wenn nichts passiert, dann sitze ich in der Kiste und warte drauf. Ja, was machst du denn dann die ganze Zeit eigentlich? Zeitung lesen oder was? Ja, es wäre schön, aber ich muss ja zu jeder Zeit einsatzbereit sein. Ich sitze in voller Montur da drin, Auto läuft und ja, ich warte und warte und warte. Und wenn nichts kommt, dann hab ich halt Pech gehabt. Aber die Anspannung ist halt doch da. So ein bisschen Adrenalin ist dabei. Und ja, man hofft ja immer, man muss nicht fahren. Aber wenn es dann kommt, dann muss es schnell gehen. Ja, genau. Beim letzten Mal in Zolda hat es ein BMW M4. Heute haben wir Audi RS5. Hier steht aber auch noch ein R8. Was hat das auf sich mit den ganzen Safety Cars? Ja, also ich habe immer zwei Safety Cars. Falls ein Fahrzeug ausfallen sollte oder zu wenig Sprit hat, weil ich zu viel fahren musste. Ich habe zum Beispiel in Assen einen Plattenreifen gehabt. Da musste ich das Auto wechseln, weil ich hatte eine Schraube da drin und es war zu risikoreich, mit dem Auto zu fahren. Dann werfen wir doch noch mal einen Blick auf dein Auto. Ja. Audi RS5, du hast eben schon mal ein bisschen erzählt. Serienfahrwerk, Serienbereifung, Serienbremse. Ja. Aber Sicherheitsfeatures natürlich verbaut. Das heißt, wir haben einen Käfig da drin. Also überall Käfig in dem Fahrzeug verbaut. Für die Sicherheit. Schalensitze, damit man vernünftig sitzt und nicht auf der Handbremse irgendwann mal sitzt. Und wie in jedem Safety Car, die Lichtschalter für den Lichtbalk. Gelbe, rot-grüne Schalter. Das hier in der Mitte verbaut, da wo eigentlich der Getränkehalter ist. Bei dem brauchst du ja nicht, ne? Also hast du so ein paar Features wie in einem Rennwagen, haben wir hier auch. Danke für deine Zeit. Ja. Danke, dass du uns mitgenommen hast. Und dann wünsche ich dir ein entspanntes Wochenende. Wobei so zwei, drei Safety Car Phasen finde ich ja mal gut. Bleibt die Spannung ein bisschen da. Es bleibt spannend, ja. So, jetzt habe ich mal den Sven geschnappt. Danke für deine Zeit. Danke. Wir klären euch jetzt mal die Rakete. Ja. Also, R8 GT3 bin ich ja schon gefahren. Ich sage mal, ist jetzt die abgespeckte Version, ne? Wir klären hier in der Trophy, im Trophy ab. Ja, wie soll ich sagen? Das ist ja, eigentlich ist es ja ein GT4 Auto, ne? Ja. Also, GT4 Auto jetzt mit der Trophy BOP. So müsste man das ja eigentlich sagen, oder? Genau, genau. Also, das kann man eher fast sagen, dass es halt ein straßensnahes GT-Fahrzeug ist. So, wie es auch ausgeschrieben ist. Und der Unterschied geht halt schon in vielen Sachen sehr, sehr stark erkennbar vor. Und es ist halt eher, dass man von einem Straßenauto sprechen kann, wie ich das von einem GT3-Fahrzeug, wo du es halt auch schon am 24-Stunden-Rennen gesehen hast. Ja, ich meine, es fängt ja bei so Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel die ganze Radaufnahme, das ganze Thema. Genau. Ist natürlich kein Zentralverschluss, brauchst du nicht. Du hast keinen Boxen-Stopp. Und es ist natürlich auch einfach eine Preisfrage, ne? Ganz genau. Also, der Radnabe mit Zentralverschluss ist halt deutlich teurer als das jetzt, ne? Sachen hier, zum Beispiel Türe, ist wahrscheinlich die Serientüre mehr oder weniger. Genau, genau. Spiegel ebenso. Genau. Natürlich deutlich weniger Aerodynamik hier im Frontbereich. Keinen komplett geschlossenen Unterboden, kein Diffusor. Klar, du hast hier solche Geschichten, die Abluft und so weiter, das ist natürlich schon alles wie bei einem Brennauto. Aber es ist alles etwas einfacher gehalten. Dann geht die drei Autos, sprich, hier geht die Luft rein und da geht sie wieder raus. Mit einmal der Luftstrom so, ja, mehr oder weniger durchs Auto geführt für die Kühlung. Dann haben wir das Besondere hier diesen Gurney drauf, der halt zusätzlich die Luft wirklich aus dem Kühler hinaus zieht, dass das Ganze halt ein bisschen stärker gekühlt wird wie im Straßenfahrzeug, weil natürlich auch die Bedingungen ganz andere sind. Ja, genau. Du fährst ja die ganze Zeit Volllast im Prinzip, ne? Genau. Du entwickelst viel mehr Hitze und die muss irgendwo hin. Ja. Ansonsten habe ich gesehen, wir haben ja, also wir haben tatsächlich Glasscheiben noch hier drin, ne? Ganz genau. Das ist beim GT3-Auto natürlich auch nicht. Hier sind sogar noch Gasdruckstoßdämpfer drin, das ist also alles wie beim Serienautos zum Aufschleifen. Das ist die App-Scheibe wie aus dem Serienfahrzeug. Genau, beim GT3-Auto ist das ja nur so ein Plastikscheibchen, was du dann so runternehmen kannst. Hier sieht man das jetzt auch nochmal mit der Türe. Also wie gesagt, wir haben eine Glasscheibe. Auch hier, das ist natürlich irgendwie anders als beim Straßenauto, auch leichter, einfacher gehalten, kostengünstiger logischerweise. Aber es ist auch nicht so abgefahren wie beim GT3-Auto. Ne. Beim GT3 sind es ja wirklich Vollcarbon-Türen, die auch vom Gewicht was ganz anderes sind. Und das ist wirklich so eine abgespeckte Straßenvariante, die natürlich auch für den Single-Zweck hier gebaut worden ist. Wenn man natürlich jetzt ein bisschen weiter guckt, Lenkrad, Mittelkonsole, Dashboard. Alles, ich sag mal, ein bisschen übersichtlicher als beim GT3-Auto. Ganz genau. Nicht ganz so viele Knöpfe, wo man Sachen verstellen kann. Ist alles ein bisschen einfacher gehalten, aber natürlich sind schon Unterschiede zu den Straßenfahrzeugen dann da. Wie ist das mit dem Käfig? Der wirkt auch irgendwie so ein bisschen abgespeckter. Wirkt das nur so oder ist das tatsächlich so? Der Käfig ist tatsächlich ein bisschen abgespeckter. Aber im Großen und Ganzen hat er natürlich dieselbe Funktion wie der GT3-Käfig. Es ist von der Funktion ein bisschen, wie gesagt, ist es genau derselbe. Aber von der Art, wie man zum Beispiel hier auch einsteigt ins Auto, ist es ein klein bisschen anders. Auch ein bisschen angenehmer. Ganz genau. Dann haben wir natürlich noch, auch das ist mehr oder weniger aus der Serie. Außer halt eben hier die Luke. Genau. Und das wird dann wahrscheinlich... Das ist tatsächlich aus Carbon. Wollte mal sagen, das ist dann tatsächlich Carbon. Aber im GT3-Auto ist das ganze Dach Carbon, oder? Ne, da ist tatsächlich auch das Dach auf Metall. Ja? Genau. Und dieses ganze Monocoque ist dann aus Carbon. Dann wird ja wahrscheinlich die Dachhaut die gleiche sein wie beim GT3-Auto, oder? Leistungstechnisch, wie sieht es da aus? Also der Motor im Endeffekt ist genau derselbe wie im Straßenfahrzeug. Und auch wie der, der im GT3 verbaut ist. Natürlich mit ein paar Modifikationen, weil wir natürlich im Motorsport andere Bedingungen haben. Jetzt fahren wir natürlich fast den größten Restriktor. Also fast kann man da wirklich von der vollen Leistung sprechen. Ja. Die man natürlich in anderen Rennserien nicht hat. Im GT3-Auto vor allen Dingen fast nie, ne? Genau, genau. Da gibt es kaum Rennserien, die wirklich mit einem vollen Restriktor fahren. Und deswegen sind wir hier wirklich fast ganz knapp da dran, dass wir wirklich die volle Leistung vom Motor abrufen können. Wo sind wir jetzt gewichtsmäßig bei dem Auto? Bei dem Auto sind wir jetzt beim Leergewicht bei 1460 Kilo. Also schon doch ganz schön schwer für ein Rennfahrzeug. Im Vergleich zum GT3 natürlich nochmal eine Schippe mehr. Aber natürlich auch trotzdem ein bisschen leichter wie das Straßenfahrzeug. Natürlich werden halt unnötige Sachen weggelassen. Alles wird aufs Minimum runtergefahren. Ja. Schönes Auto. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Danke dir. Danke für die Unterstützung heute, dass ihr alles so schön vorbereitet habt. Danke natürlich auch an Hella Paget Racing One, dass ihr das möglich gemacht habt. Vielen, vielen Dank. Wir konnten ein bisschen was zeigen, euch ein bisschen tiefer in diese ganze, ich sag mal, Nachwuchsklasse reinholen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis bald. Ciao. Jetzt sind wir bei der Deka angekommen und der liebe Philipp, also der Philipp, nicht der Philipp, zeigt uns jetzt mal ein bisschen, was die Herrschaften von der Deka hier so an so einem DTM-Wochenende machen. Genau. Gerne. Ein paar Autos stilllegen, weil zu tief oder so, ne? Genau. Es muss ja irgendjemand ein bisschen Schiedsrichter spielen, ja. Also im Fußball sind es die Schiedsrichter, die hier das Emblem oben haben. Hier sind es wir, technische Schiedsrichter. Und ich zeige euch mal ein bisschen, was in unserem Truck so abgeht, hinter die Kulissen schauen. Okay? Vielleicht kann ich ja irgendwo noch ein paar Plaketten klar machen oder so. Gutachten. Ja. Legen wir mal los. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie so ein Fahrzeug aufgebaut ist. Können wir hier herankommen. Und zwar, hier seht ihr auf dem Display mal die Unterwäsche von so einem DTM-Auto. Das sind die ganzen Einheitsbauteile. Die sogenannten Gleichteile, ne? Genau. Ja. Und es sind weit über 100. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass diese Teile gleich bleiben. Und man sieht hier das Monocoque. Auch diese Reglementpunkte, das sind diese Messpunkte hier. Das zeige ich euch dann gleich drüben nochmal in der Box, wie das genau funktioniert mit unserem Messarm. Wir haben diese Einheitsbauteile zu checken. Und wir bekommen von den Herstellern dann die 3D-Daten. Das heißt, die können wir dann da drüber legen. Die werden am Anfang der Saison homologiert und werden geprüft, ob die diesem Aero-Reglement entsprechen. Und wenn diese Überprüfung stattgefunden hat, dann können wir diese Karosserie einfrieren. Es gibt da keine Aero-Entwicklung in der DTM. Und können diese dann über diese Reglementpunkte mit dem Messarm, können wir uns ins Fahrzeug einmessen. Und können dann die Aerodynamik über die Saison mit prüfen, ob die Toleranzen stimmen. Und dann haben wir hier unseren Dämpferprüfstand. Wir haben Einheitsdämpfer, das sieht man hier. Also auch dort checken wir, ob die Dämpfer stimmen, ob die Einstellungen passen, ob die Kenndlinien passen. Lassen die ausbauen und vergleichen die im Endeffekt dann immer zu den Referenzdämpfern. Das heißt, ihr lasst die von den Teams ausbauen, lasst die euch schicken oder geben und dann packt ihr die auf dieses Messgerät und checkt, ob da nicht irgendwie was verändert wurde. Ganz genau. Wir checken dann Hochdruck-Niederdruckstufe, checken die Ventileinstellungen und dann rennt dieser Prüfstand und wird immer wieder stichprobenartig überprüft. Genau. Hier sitzen unsere zwei Jungs, der Vladi und der Daniel. Daniel kann euch so eine unserer neuesten Errungenschaften mal vorstellen und zwar die HoloLens. Könnt ihr mal hierher kommen. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass es doch einige Einheitsbauteile gibt, zum Beispiel aber auch Luftführungen, die individuell sind von den Herstellern. Und die müssen wir natürlich auch irgendwie überwachen. Also das heißt, wir müssen schauen, dass wir da einen Überblick bewahren. Das sind so viele komplexe Teile, so viele komplizierte Luftführungen. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und haben gesagt, hier die HoloLens ist das Mittel der Wahl. Ein ziemlich abgespacedes Teil. Und diese Brille könnt ihr auch gerne mal aufsetzen. Oh no lollo, einen großen Schädel, ey. Er ist Ingenieur, weißt du, da muss viel rein. Das ist ja klar, verstehe ich. Formula Student hast du auch noch am Start, ich. Ja genau, da waren wir vorher drin. Jetzt habe ich hier meinen weißen Punkt auf jeden Fall. Richtig, genau. Und jetzt sehen wir auch quasi aus seinem Blickfeld, was er alles sieht. Guck mal, wie das aussieht. Das ist ja mein Lieblingsbild hier. Jetzt gibt es quasi zwei Handbewegungen, die für uns mal essenziell sind. Das eine ist so eine Blume von unten. Von unten rauf macht man eine Blume mit der Hand. Dann muss man das Menü öffnen und jetzt kann man beispielsweise auf das Bellhaus draufdrücken. Das heißt, den weißen Punkt drückt man auf das Bellhaus drauf, macht so einen Klick mit dem Finger nach unten. So, und jetzt öffnet sich das quasi, jetzt schaut es kurz im Moment. Ah ja, da ist es, genau. Und jetzt kann man dasselbe, wie man mit einem Klick auf das Bell gemacht hat, einfach den Finger draufdrücken, zulassen. Dann ist ein Rahmen aus der Bumme und jetzt kann man es mit der Hand bewegen. Abgefahren. Geil, ha? Das ist echt geil. Ja, und da stehst du jetzt einfach am Auto und wir haben ja hier doch einige Autos. Wie kann ich das drehen so? Mit beiden Fingern. Beide Finger nach vorne runter und dann die eine Hand nach vorne, die andere nach hinten. Ist das da? Ah, wild. Genau. Genau. Und hier kommt Datenblatt, kann man auch einfach draufschauen, einen Klick machen und erinnert sich die Seite. Und schon hat, könnte man eigentlich dich auch durchschicken und du könntest die ganze visuelle Überprüfung machen. Ja, geil. Würde ich erstmal den Rast disqualifizieren. Einfach so aus Spaß. So, pass auf René, ich habe mir das hier angeguckt, ist nicht. Geil. Das ist echt abgefahren. Nicht schlecht. Ja, vor allen Dingen, jetzt kapiere ich das erst mit der Brille. Du kannst halt echt da hingehen und sagen, Moment, das gucke ich mir jetzt hier mal an. So, hm, sehe ich nicht. Moment, da muss ich dann ein bisschen drehen. Ach hier, wunderbar. Ne, alles klar, ist richtig. Tschüss. Genau. Exakt. Und dann mit dem Datenblatt kannst du dann noch irgendwie gucken, okay, alles klar, das und das muss das haben. Perfekt. Ja, genau, die Teilenummer etc. Kannst du dann auch vergleichen. Wenn man einen kleinen Klick macht, wie beim PDF, dann hat sich auch die Seite. Mal zusammendrücken, wenn wir ein bisschen durchgehen, kommt die technische Zeichnummer. Krass. Ist alles dabei. Gehen wir raus in unsere Abnahmebox, da zeige ich euch noch ein bisschen was. Ja, perfekt. So, da sind wir vor der Abnahmebox. Auto von Nico Müller steht da drin. Hier stehen schon die Mechaniker. Treffen wir bloß, kein Blödsinn machen. Wir haben alles im Blick. Genau, sind aufgeregt, ob alles passt am Auto. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Dann gehen wir mal rein und schauen uns das Auto an. Also ihr seht hier, ich habe euch gerade das Ganze in 3D gezeigt. Jetzt habt das in Realität. Ihr seht hier das Monocoque. Das sind unsere Referenzpunkte, diese drei. Ja. Die sind an jedem Fahrzeug. In jedem Fahrzeug. In jedem Fahrzeug. Ein Aluminium? Ja, genau. Aluminium. Genau, die sind hier drin. In jedem Fahrzeug gleich. Ja, an der gleichen Stelle. Wir haben Messprotokolle. Und die haben wir in unserem Programm hinterlegt. Wir gehen dann mit unserem Messarm, den ihr hier seht, mit einem Messkopf. Der Julian hat den hier gerade in der Hand. Das sieht man hier vorne. So eine kleine Kugel. Sehr interessant. Ja und mit der, mit der gehen wir hier in diesen Konus und messen uns ins Koordinatensystem des Fahrzeugs ein. Wir richten das dann aus. Und wenn es ausgerichtet ist, können wir eben taktil oder mit dem Scanner die ganze Außen haut abscannen oder messen und schauen, ist die Karosserie, ist die Aerodynamik da, wo sie hingehören soll. Oder spielt sie mit den Toleranzen oder ist irgendwie ein Flick da, wo er nicht sein soll. Und ich schaue uns eben an. Dann kann ich euch noch kurz das zeigen, wie das in der Software ausschaut. Das Sven? Macht der Finger eigentlich Kratzer auf dem Lack oder? Nee, 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 nee. Alles poliert. Genau. Gott sei Dank alles grün, ja? Das ist schon mal ganz gut. Ach okay, dann wird das Bauteil sozusagen direkt… Wird virtuell erkannt, wo jetzt die Messspitze gerade sich befindet. Ja, aber Julian ist jetzt gerade hier an dem Flick und checkt, ob dieser Flick an der richtigen Stelle ist. Wir sehen direkt hier oben, ob alles grün ist, ob die Abstände in Toleranz eingehalten werden. Wahnsinn. Genau, so funktioniert das. Nicht schlecht, also würde ich sagen, das ist High End. Ja, ist es. Auf jeden Fall ist es halt auch schön, mobil, der Messanwehr fährt zu jeder Rennstrecke mit, ist schnell aufgebaut. Da haben wir einfach eine schnelle Möglichkeit, die Fahrzeuge zu überprüfen. Sozusagen die HU, AU an der Rennstrecke. Und DEKRA macht den Job schon seit über 30 Jahren. Also lange Tradition. Und ja, stellen uns jeden Reglement Anforderungen. Wir haben immer eine Lösung parat, uns kommt keiner… Euch kommt keiner durch die Lacken, ne? Durch die Lacken, genau. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann danke Jungs. Danke für eure Arbeit. Danke für eure Zeit. Gerne. Und bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Macht's gut. Bleibt gesund. Ja, das war's bei der DEKRA. Wie ihr seht, FUDELN ist hier nicht. Wie ihr seht, ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt bei der Neue.